Und damit hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Chris, das ist Chrisplay und ich wünsche euch einen schicken ersten Advent, denn Weihnachten steht vor der Tür, wir haben heute den ersten Advent und ich dachte mir einfach, weil mein Kanal gerade so gut läuft, wir sind schon wieder über 7500 Leute, das ist der Wahnsinn, vielen, vielen Dank und einfach um euch zu zeigen, dass mir das viel bedeutet und dass ich mich da wirklich sehr drüber freue, dachte ich mir, ich haue jetzt 4 Spiele raus, es gibt 4 Mal mehr, das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. Mal Advent sozusagen, anstatt Kerzen schenke ich euch Spiele, beziehungsweise eine Hardware ist dabei, ich will aber noch nicht zu viel verraten und ja, heute 1. Advent, macht den Anfang, How to Survive 2, ist ein super Spiel, kommt demnächst auch wieder auf meinem Kanal, also Augen offen halten, ich freue mich sehr drauf, denn es macht wirklich Laune, gerade im Koop, deswegen alles, was ihr dafür tun müsst, ihr kennt das vom letzten Gewinnspiel, einfach kommentieren, ihr habt eine Woche Zeit, ich habe wieder einen Tag und ein Datum aufgeschrieben, wer am nächsten an diesem Datum dran ist, also nicht was ihr schreibt, sondern wann ihr schreibt, zählt, der gewinnt und den Gewinner seht ihr wieder hier unter dem Video als Kommentar, beziehungsweise ich werde ihn in die Beschreibung schreiben und ja, ich wünsche euch allen viel Glück und wir sehen uns dann zum 2. Advent wieder, bis dahin, macht's gut, ciao!